Moin, ich bin Krause und ich stelle euch jetzt meinen Zeller vor. Könnt ihr uns hier mal setzen? Ich setz mich hier mal. Also, ich fang mal hier oben an, beim Schwacken. Blackmagic Riptap. Führe ich ganz gut. Dann fahre ich mein Überbord. Das ist das aus der Laces-Serie. Ist ein 8-1-2-5er. Für die, die es interessiert, ist mein Colorway. Schön in blau-grün. Dann fahre ich 149er Indy Moped. Dann, wie seht ihr es schon? Bones, B-Rings. Die blauen, die schönen 6-Balls. Die halten nämlich einiges aus, wenn man irgendwo runterhüpft. Als Gürtel habe ich ein bisschen Laces-Schnur sein können. Und, ja, das ist dann, was ich fahre. Und, ich gucke hier auf das. Ein bisschen verständnislos. Wuuuuh. 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 Wuuuuh.